ein neuer part von let's play pokemon smaragd wie wärs wenn wir jetzt einfach weitermachen und ich einfach auch für irgendetwas zu labern okay das team ach genau ich musste jetzt hicks rücksicht in die rolle ein tag ist schon wieder her wo ich das jetzt mal aufgenommen habe ja einen ganzen tag sonst sind das eigentlich immer nur weniger aber wir haben mehrer plan ach komm ich schaust raus selber oder noch mal sandwirbel vielleicht schaffst du es doch nicht ist der turmacher okay du schaffst es nicht sein du hast jetzt glück aber wir haben es doch noch mal gerade so geschafft aber es hat uns nichts geworfen aber ich glaube ich sollte auch wenn hier einfach zu trainieren war uns das ja nichts bin ich dachte noch mal rausgenommen weil ich schon gar nicht mehr ja doch 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 es war hier aber wie heißt es das feuer pokémon kam auf das wollte ich kann von ja alle gleichmäßig trainieren ich werde mich mit meiner super senior partner ihre partnerin in verbindung und ziehen senior partnerin wenn wir jetzt nicht alt ist dann ist mir aber voll das ist doch eine senioren naja egal so zick zack so mit aktuell raus und setzt mit der panzer eron ein so weit in summe können die schwächsten beiden pokémon doch noch mal gut trainieren und na bolligart brauchen wir nicht so ah ich dachte es besiegt ihn schade gut das kann man ja natürlich wissen wollt ihr natürlich mein zick zack besiegen aber was ist denn so dass doppelschlaf oder was war das mit armstoß und keine ahnung ok schnabel von ne da machen wir mal stahlflügel auf zick zack und schnabel auf makuleta ja komm ja es reicht klasse so und der schnabel wird natürlich auch reichen ja kurz vorspulen und oh nein tuberleid ihr so ist er ja ida und irum irgendwie da oder na egal ich hab dich im stich gelassen das können wir nicht auf sich beruhen lassen wir werden wieder begegnen an anderen treten genau das wollte ich eigentlich auch noch mal nachgucken äh äh zum steuern wird die beruhen ah ok das habe ich ja noch gar nicht gesehen ja hat sich viel geändert außer bei so auf zur so suche nie so kann ich jetzt mal hier auf den trainer oh Gott ähhhhh scheiße ach so ah ok ok jetzt ist er zuverlässig vati steinhardt der media ach so ach das sind ah das sind sie ja schon wenn ich nicht einmal wieder kämpfen oh hallo Marcel seitdem wir uns gesehen haben bearbeite ich hart am Wiederaufbau aber es wird noch eine Weile dauern bis ich die arena wieder öffnen kann aber dann musst du unbedingt auf meinem Kampf vorbeikommen hey Marcel ich hab viel aus unserem Kampf gelernt ich werde weiter trainieren und dann eine arena neu eröffnen aber ich habe noch einiges zu erledigen bis ich sie eröffne sobald die arena wieder öffnet ist möchte ich wieder mit ihr kämpfen sehr ich kann auch mit dem wieder kämpfen wenn man die Poponiere geschafft hat das wäre eigentlich ganz schön toll so ach das hat genau 117 wo ich noch nicht lang wollte weil das hier rote ja genau ach so und das hier ach ach stimmt wir sind ja schon da wo genau ah ok ja ich wusste so wie wir weiterkomme ich voll hier dann bin ich um mich ganz schnell hier nach baumhausen das ist nicht die nächste arena glaube ich so äh kann ganz richtig ach das brauchen wir jetzt nicht mal ein da kommt ja jetzt mehr richtiges vermutlich ach na doch komm pokonpension das ist halt ah das ist die Pension ich bin der Pensionsleiter ich kümmere mich um die wertvollen Pokonenträger wenn ich eines seiner Pokémon aufziehen soll sprich mit meiner Frau ach so ach schade wir haben die Pension ruhig aber nicht dann halben wir stellen uns auf Pokémon wechseln wieder einen anderen äh machen wieder packen nein wir packen dann komm auch wieder rein ähm aber ich will eigentlich auch Warblo und so drin behalten Wohl ne doch lass ich mal äh ich pack mal Knilz raus der kann zwar noch gut helfen aber ah wer weiß vielleicht wir könnten die TM-Wortrag gebrauchen ach Kürlia die hab ich ja nicht gesehen packen wir Kürlia erstmal kurz vorübergehend raus so und jetzt geht's auf Route 118 ach so ich wollte gerade sagen Doppelkampf der Duft von Blumen hat eine magische Kraft er reinigt Körper und Geist los ist los Pokémon 1 und 2 und 3 6 Pokémon ok wo man sich ich finde beim Doppelkampf schon komisch man selber ein Trainer kämpft mit seinem Pokémon gegen 2 Trainer die ihre ganzen Pokémon ent ist also die schon irgendwie unfair so ich setz mal Kamaubein für das Roselia dann kann ich hier mit vorigen Schlag versuchen dass es sich dazu ich hätte auch wegen genau wegen äh Roselia auch noch Bodyguard einsetzt können wir das kann ja auch das ganze Sporen und so das wäre ja auch und auch wegen also nee kam auch berührt Roselia und Roselia nicht aber naja weil es könnte ja auch die Fähigkeit Spurgen wird sowie Karpels haben können natürlich auch wieder so können wir das verändern und ja ich hoffe einfach mal dass er noch öfters die Progenheit diesmal 1 2 3 6 6 wäre weg und das Roselia wird glaube ich hoffe ich hoffe ich mal blut nicht überleben die Level sind sehr unterschiedlich aber achso so und das ist auch ich bin ja wirklich einige schon zu was er das ja überlebt wir haben wieder intensität ich hab doch nicht einfach vor wenn es wieder zu wird es hat er gezogen nein ich hätte Bodyguard machen sollen scheiße das ist doch blöde jetzt ich weiß nicht warum ich war damit stahl das kensin sind sie 18 aber ok das intensiv weiterhin eine gute idee und ich werde mal ganz kurz warten wieder zu zig das auswärts damit der erfahrungslupe bekommt für 14 mit sogleich paralysiert ja gut so auch kann auch jetzt scheiße ja so jetzt jetzt nicht überleben denn wir irgendwo noch anzeigen rein komm sind sie was 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 moment moment ich glaube ich habe etwas falsches sie und ach was mache ich denn eigentlich ich hatte nein ich habe wirklich gerade sehr viel scheiße wisst ihr das ist es nicht gut ich zwinge auf ihn rum ok da wir 16 das ist schön und noch ein Knilz oh diese behinderte Paralyse von diesem scheißvieh meine Fresse jetzt stirb Paralyse noch noch seht ihr ja auch ok so ist das nie was ja kann man auch jetzt greift doch einmal an bitte beide beide einmal angreifen wusste ich hätte die polygap machen sollen so scheiße so heute beide tot ach du meine Güte scheinbar habe ich verloren nur scheinbar los ihr pokémon geht es euch gut pokémon 1 2 und 3 hast ihr pokémon aber somit spitzen anwendet oder was dieser geruch das ist ein pokémon pokémon wir müssen uns gegenseitig eintragen mach eine nachher so so ok schweiß 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 ach man ja heute ok und ja stimmt ich kann aber wegen geld kommen was ich alles ausgeben kann momentan vor und so war es die 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 bergene die 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 ich es das war und zwar die x ab jetzt was geile ich ja eines könnte meine guten oma geben die steine werde ich nicht brauchen das alles kostet man sich auch nicht und verhältigen halten soll nicht für die gut aber ist egal sollte nur flöte eine verkaufen und ja nur einer energiestoff haben wohnstein das schatten das soll noch mal ein paar seien jetzt benutzen ich habe ganz nach oben bitte und jetzt kommen wir nach was haben wir hin müssen nicht das kann ja auch mal so viel so ach nie kann man weiter nachkommen hier war eine wundersatz die könnte ich auch wenn gerade kein schiff in der nähe ist kannst du mit einem pokémon das surfer kennt das mehr überqueren auf pokémon kann man sich immer verlassen meine die wird eine seele erschütter entweder feuerspucker oder vorgabern gitter ist denke ich mal mit zielo da ist kann auch gehen aber ich habe doch dabei weil es kann sich die das ist so gerne aber ich hoffe mal schnell ich hoffe dass der stärker und das so schnell ist man stark verdammt schon so hatte ich eine schöne wenn die kompliziert haben musste sie anhören also warum die was wie moment es kann jetzt auch nur scherz das kann nun wieder scherz sein okay dass man andere gegen die mich noch kämpfen für angela ist die ausrüstung entscheidend aber für die das sind natürlich die bohren und das herz entscheiden die schütteln es sollte ich komm ich denn jetzt das auch noch einen anderen Weg die Höhe oder sowas weil sonst das war und warum meine bodyguards die moment nein sagen wir jetzt irgendwo irgendwie vergessen ist ja gut es gibt ja nur eine stadt aber auch von die bild so dass kinder nicht antun noch nie ok alle sagen wir jetzt aber noch es sein hier war das dass die wahl aus dem fahrradweg wer immer noch ganz kurz den hier und nicht ein einziges Problem klar Aber er trifft jedes Mal, das ist für ihn jetzt etwas. Jetzt reizt er aber auch noch mal. Ich bin kein Schlüffler, brauchst du nicht. Oh, das war noch nicht. Oh, nein, du kannst es nicht machen. Einfach irgendjemand in die Kaffee schicken. Oh, das gibt es doch nicht. Was ist denn hier zu tun? Attach! So, dann. Jetzt ist er nicht ruhig. Oh, warte mal, hier genau, man kann ja mal wieder... Du hast beobachtet. Da, ich habe noch irgendwas gesehen. Gibt es noch ein Neubau? Oh, so ein Ding. Oh, yes! Das ist genau so, was es scheint, irgendwie. So eine Stärke zu sein. Oh, Gott, du kommst hier so blöde Kriege. Nein, nicht kämpfen. Das heißt eigentlich nur als Fünder für die blöden Lücke, die ich jetzt nicht mehr schließen kann. Oh, das wäre ich nicht gerne. Einfach nur dafür, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich es weitergehe, weil ich da nicht langkomme. Irgendwie folgt ja noch nach Bad Lavastadt. Das war das Ding, aber ich habe auch nicht wirklich stark. Das war das Ding, weil, ähm, wir können kurz zig-zags... ...und dann das letzte Mal... Nee, nicht Kaffee, das ist Kaffee, das kann mein Verdinner gar nichts anrichten. Das ist ja irgendwann mal nicht. Das ist einfach nicht nur die Hälfte. So, der... Ne, Schalter! So... Hä? Achso. Ich komm mal gleich in der Windrückung, das war doch, ich find so Angst. Nee, gehen die Träner jetzt aber nicht kämpfen. Ich bin dann doch zu blöd, weil ich könnte ja jetzt Zeit springen. Na gut, irgendwie muss ich kämpfen. Kann ich halt nix machen, wenn man Angst möchte. Ja, gut, sowieso qualisiert so, kann man auch. So, gut, jetzt stirbt. Ach, komm, das geht. Das kann ja jetzt hier ernst sein. Ich hab nicht lesen, was ich jetzt war, aber ich weiß nicht mehr. Zinsatzlein mit der Ad-Boot-Bagina. Das ist ja einfach ganz schnell irgendwann die ganzen Level erreicht. Das ist ja irgendwann Gehradax ist da mit, damit wir stärker einsetzen können wir. Das können wir sehen, ich muss ihn sehen, irgendwann benutzen. Ach, scheiße, das mach ich denn, das ist dieses Flug. Ich hab keine Wirkung mit meiner Leiste angestommen. Und dann können wir den letzten Schalter lösen. Wir können nicht stauben, wenn wir hier durchkommen. Das ist ein geheimnisvolles Flug. Das ist kein Geheimnis-Kloch. Das ist kein Geheimnis-Kloch. Was ist kein Geheimnis-Kloch? Oh oh, man hört die Musik. Ach das gibt's doch noch. Hier gibt's einen geheimen Code, so了吧 Was krieg ich jetzt von dir? Ich kann noch mal was verblühten. Wie gesagt. Und ich auch. So, und jetzt geht's hier mal wieder schön, in diese Stadt. Nur mal probieren, das ist ja richtig. Komische Harien, und das ist zwar wirklich schnell. Das war uns beeindruckend, der Vater nämlich nicht. Ja, was kann ich denn? Das ist der Nachteil, wenn man spult. So ein Junge. So, hier müsst ihr das Boot ja alles sagen, ne? Schaust doch noch Hammer. Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ja, ich hätte mich jetzt einfach nicht erinnert, was anders kann ich mir tun. Der wird mir aber auch nur sagen, wie gesagt, du hast die Musik, du bist gut und zwar. Was hast du jetzt bei mir gebracht hier? Ich muss noch ganz gut gehen. Dann werde ich mal wieder rausgehen. Niu niu niu. Nein. Oh, was soll das denn? Ich bin ja immer drin. Achso, jetzt können wir ja schon. Football City? Niuu. So. So dann und... Hopp, 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 hopp. Seh, habe ich das... Das wäre irgend so'n Mann. So'n... Nee, egal. Ähm, ich hab zuerst nicht bis jetzt hierhin. Ich hab mich gehört. So, diesmal geh ich den Fahrrad. Ist er hier? Heute... Jetzt ist er ganz schön wieder runter beim Fahrrad. Wie hast du das? So. Ähm, ja, Moment. Stimmt. Nee, gar nicht vor dem... Ja, stimmt. Hier oben wurde ich... Da gab's doch noch mal was. Da gab's sogar mehrere als nur eines. Ach, und hier, stimmt. Da, die sind auch voll vorreden. Das hat mir auch nicht viele Uhr, das ist ja einfach nur ein Kampfturm. Grundsätzlich, das mag ich jetzt mal ein kleine Zimmer. Können wir denn hier jetzt oben lang? Jetzt sind vielleicht... Boah, ach... Jetzt weiß ich... Och ich voll liegliut. Ach, ich weiß, wie ich hier muss, hier. Hier, Och ich voll idiot. Och ne, aus. Ja gut, aber da gehen wir am nächsten Part hin. Ah, ich bin so ein Volltrottel.